Audio to go und B&H präsentieren The Secret Er weiß, wer du wirklich bist Von Katrina Diamond Es liest Yeshim Maisheit Kapitel 1 Die Professionelle Gegenwart Bridget hörte Autos auf der nassen Straße und in den Fenstern des denkmalgeschützten viktorianischen Gebäudes vorbeifahren, in dem sie arbeitete. Abends um diese Zeit veränderte sich der Verkehr im Quadrangle von Exeter. Leute, die auf dem Weg von der Arbeit nach Hause waren, wichen Leuten, die etwas Aufregenderes suchten als das, was sie zu Hause hatten. Sie blickte durch ihr Fenster nach unten. Der Regen hatte vorübergehend nachgelassen. Die Straßen waren leer, nur ab und zu fuhr ein Fahrzeug vorbei. Die einzigen anderen Geräusche, die Bridget hörte, stammten von ihrer Mitbewohnerin Estelle, die im Zimmer nebenan einen Kunden unterhielt, wobei das Kopfteil des Bettes gegen die Wand knallte. Bridget starrte auf das beleuchtete Ziffernblatt der Kirchturmuhr und wartete. Ihr Besucher verspätete sich. Er kam sonst nie zu spät. Es klopfte an der Tür und bevor Bridget darauf reagieren konnte, stürmte Estelle herein, halbnackt und außer Atem. Du musst was für mich tun. Hat so geklungen, als hätte gerade jemand was für dich getan. Sehr witzig. Estelle rückte ihren BH zurecht und warf ihre Haarextensions zurück. Ich meine, du musst mir einen Gefallen tun. Was für ein Gefallen? Bridget wollte es eigentlich gar nicht wissen. Estelles Gefallen waren in der Regel ziemlich extrem. Hitchcock ist bei mir und er will mehr Zeit. Du musst das Baby für mich übernehmen. Auf keinen Fall, Estelle. Der ist dein Problem, nicht meins. Außerdem warte ich gerade auf jemanden. Ach komm schon, Bridget, bitte. Er macht doch gar nichts, muss nur geknuddelt werden und schläft die ganze Zeit. Ich brauche bloß noch zehn Minuten höchstens. Bridget sah auf die Armbanduhr. Na schön, aber nur dieses eine Mal, Estelle. Du weißt, das ist überhaupt nicht mein Ding. Dafür bin ich dir echt was schuldig. Ja, und ob? Estelle hauchte ihr einen Kuss zu und verschwand. Bridget konnte nicht anders, als weiter aus dem Fenster zu schauen. Sie wartete auf Sam. In der Regel gab er ihr Bescheid, wenn er nicht kommen konnte. Die Funkstille machte sie nervös. Exeter wirkte an diesem Abend sonderbar ruhig. Unter der Woche gingen alle früh zu Bett, um sich für einen weiteren harten Arbeitstag zu wappnen. Doch an einem Freitag herrschte in der Regel mehr Betrieb. Es fühlte sich definitiv eher nach einem Mittwoch an. Sie beobachtete, wie sich ein Auto näherte und langsamer wurde. Durch den Regen ließ sich nicht erkennen, um welche Marke es sich handelte. Daher klammerte sie sich an die Hoffnung, es könnte Sam sein. Aber als der schwarze Wagen mit Allradantrieb auf den verwahrlosten Vorhof rollte, schwand ihre Hoffnung. Bridget beobachtete, wie ein Mann aus dem Auto stieg und durch den Regen zur Eingangstür eilte. Die Klingel läutete. Estelles Klingel. Sie hatten jeweils eine eigene, damit sich jede Frau um ihre eigenen Freier kümmern konnte. Zwei Frauen pro Stockwerk, verteilt auf zwei Etagen, mit einer Gemeinschaftsküche und einem Aufenthaltsraum im Erdgeschoss. Das Geräusch ertönte erneut. Es wurde nicht gern gesehen, wenn man beim Läuten der Glocke für jemand anderen die Tür öffnete. Trotzdem ging Bridget nach unten durch den Flur und spähte durch den Spion der Eingangstür hinaus. Es war zu dunkel, um den Mann zu erkennen. Zudem lag sein Gesicht im Schatten und hinter dem Kragen seines Trenchcoats verborgen. Sie warf einen letzten Blick durch den Spion, bevor sie die Tür schließlich öffnete. Der Mann trat ein und schüttelte seinen Regenschirm ab. Wo ist Estelle? fragte das Baby. Komm mit. Estelle hat mich gebeten, dass ich mich heute um dich kümmere. Erwiderte Bridget nervös und trat vor den Mann. Das Baby kam offenbar direkt aus dem Büro. Sie hoffte, er würde unter dem maßgeschneiderten Anzug aus der Savile Row seine eigene Windel tragen, denn es gab Grenzen, die sie nicht überschreiten würde, nicht einmal in Ausübung ihrer Pflicht. Als sie ihn nach oben zu ihrem Zimmer führte, beschlich sie das Gefühl, dass sie nicht groß interessierte, wer sich um ihn kümmerte, solange es irgendjemand tat. Er gehörte zu den weniger perversen Freiern von Estelle und das wollte was heißen. Langsam zog Bridget ihn aus und hängte jedes Teil der...